Hallo, willkommen zur nächsten Runde von Sims, heute mit Frau Jacopo. Und die Gute möchte entweder in der Gastronomie oder im Sportbereich einen Job bekommen. Sehen wir mal, ob wir eins von den beiden finden oder nicht. Aber sie kann ja schon mal was tun, falls wir Koch lernen würden. Ihre Persönlichkeit ist mittelmäßig ordentlich, mittelmäßig schüchtern, relativ faul, relativ verspielt und so ganz leicht mürrisch. Ja. Und sie spricht gerne über Politik, Verbrechen, Essen. Geld, Mode. Ich glaube, wenn wir deren Job als Koch geben, dann sind wir bei der auf einem ganz guten Wege. So. So, Anton. Hör halt auf zu lesen. Und was genau machst du jetzt gerade? Hallo. Bitte danke, einen Job suchen. Das wäre einfacher gewesen, wenn du sie in der Hand behalten hättest. Gastronomie. Da suchen wir erst gar nicht weiter. Und lernt. Oh, vergiss das Lernen. Malin. 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 dich kennenzulernen, Marlene. Dich kennenzulernen, Marlene. Weißt du was? Ich koche uns jetzt ein leckeres Mittagessen. Sobald wir mit Quatschen fertig sind. Und ich lasse es ein bisschen schneller laufen. Alle begrüßen! Und ich glaube es nicht. Sarah und Kinta. Und der liebe George ist wieder da. Habren. Ich habe gerade überlegt mit dem Namen, wie der zustande kam, wo ich den her hatte. Aber ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Kind, da holt sich als allererstes mal was zu essen. So. Schneller laufen lassen. Und die Gerlinde begrüßen wir auch. Joey. Also wir können sehr, sehr viel auch mit den Sims machen, die schon nicht essen. Joey, bleib da! Jetzt kannst du wieder hier hingehen. Noch besser hier hin hüpfen. Bitte, bitte putze. Danke. Gut, äh, wir lassen das Ganze wieder schnell laufen. Nein! Du gehst jetzt schlafen. Dann gehst du duschen, dann gehst du dahin, dann machst du dir Frühstück. Wann kann ich frühstücken? Gefüllte Waffeln und dann lernen wir kochen. Wundervoll. Cyckeln, abspülen, Bett machen, das machst du fantastisch. Langsam, 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 langsam. Post holen. Irgendwann muss ich nochmal... Worüber hast du dich jetzt besperrt? Oh, weil du nicht zum Essen gekommen bist. Oh, vielleicht warten wir auch einfach schnell, bis die gute Arbeit war. Dann ist es gleich noch zum Mittag. Hamburger. Hamburger. Ähm. Zur Arbeit gehen? Vergiss das Essen. Bezahlen. Bezahlen. Tut mir ja leid. Mal gucken, ob es noch was ist, wenn wir wieder kommen. drehen. So. Abspülen. Schlafen. Und somit geht auch der nächste Tag um. Ja. Ja. Ja, ja. Du kriegst gleich alles. Alles. Hatte ich ihr nicht eigentlich... Weil es so lustig ist. Anrufen. Anrufen. Yay. Lalalalala. Gut. Aber wir lassen es dann auch wieder gut sein. und verabschieden uns von der guten. Auch wenn sie im Moment sehr, sehr unglücklich ist. Und gleich sollte sie glücklich sein. Genau. Dann seht ihr gleich noch, wie unser nächstes Haus aussieht. Oder wie das nächste Haus aussieht, welches ich gebaut habe. Und viel Spaß damit. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Also, bei einem großen Meck. Und das war es so. Ich hab es. Wir sehen uns. Joach. So. Und das war es jetzt. Dann ist es so. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.